Hallo Leute, danke erstmal an 1800 Abonnenten. Ich habe mich heute an dem freien Tag, ne der ist erst morgen, aber heute ist der Vortag vom freien Tag, habe ich mich mal mit zwei Kumpels reingesetzt und eine kleine Welt zusammengezaubert. Die ist zu Ehren in Anführungszeichen James Cameron und seinem Film Avatar, weil es ein bisschen Pandora-Dschungel mäßig aussieht. Julian hat mich übrigens auch mit den Ideen der Bäume ein bisschen nachgeholfen, dass er auf dem Server übrigens sehen konnte. Das hier ist auf dem Privatserver, da kam keiner drauf. Jedenfalls ist hier mal so ein Best-of von den ganzen Sachen, die wir hier zusammengezimmert haben. Ich hoffe es gefällt euch. Ich versuche mal Musik zu hinterlegen, also hinten nachzuspielen. Und bitte um euer Feedback. Die Map ist noch nicht ganz fertig, da werden wir noch weiterbauen. Ihr findet übrigens wahrscheinlich auch ein Video davon auf Andres, also Lallapos, Lallapo81s Channel. Link ist in der Beschreibung. Ja, es gibt Bäume, Dschungel, es gibt die Ebenen, es gibt die Wälder, es gibt was auch immer. Und ich versuche mal sogar die Navi-Bezeichnung, um es einzuwerden. Wenn mein Navi gar nicht ganz verpackt hat. Viel Spaß! Ich versuche mal eine Abi-Bezeichnung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020